Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen kleinen Video auf diesem Kanal. Heute sollte es sich um die Unfallverhütungsvorschriften UVV bei der Feuerwehr gehen. Wie der Name schon ausdrückt, sollen diese Vorschriften Unfälle am Arbeitsplatz, also hier im Feuerwehrdienst, vermeiden. Sie sind von der gesetzlichen Unfallkasse der jeweiligen Bundesländer festgehalten. Der Unterschied zur Feuerwehrdienstvorschrift liegt darin, dass die Feuerwehrdienstvorschriften vorgeben, welche Rechte und Pflichten ein jeder Feuerwehrmann besitzt. Die vielleicht etwas bekanntere UVV ist die GUV VC53. Sie ist extra für den Feuerwehrdienst konzipiert worden. Weitere Vorschriften sind die GUV R189, die GUV I8674 oder die GUV I8657. Sie gehen nochmal detaillierter und genauer auf die verschiedenen Themen ein. Auch wenn das Thema für viele als ein sehr langweiliges und ödes Thema angesehen wird, solltet ihr es nicht vollständig ignorieren und ein wenig informiert sein. Natürlich gibt es auch für andere Bereiche solche GUV, wie zum Beispiel in der Forstwirtschaft. Wenn ihr wollt, dass ich die UVV der Feuerwehr, also die GUV VC53 mal genauer vorstellen soll, dann stimmt jetzt oben rechts ab und zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Überblick über die UVVs geben. Wenn es zu diesem Thema noch Fragen geben sollte, dann könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Gibt es auch andere Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreibt auch diese unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und bleibt fasziniert!